Musik Möwe, warte, ich klatsch da eine. Was, ich mach raus hier, Chick-Wings! Ja, ja, ich hab was. Schick mir ein Nugget. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich weiß, ich auch. Ich sit da. Hier ist schon wieder eine Möwe. Mach jetzt, mach doch mal Chick-Wings. Stimmt, ja, oh. Ich hab so einen Hunger. Warte, ich fütter dich dann. Hier. Oh, wie sind die mariniert? Lecker. Wieso hast du denn da schon wieder was zu essen? Ja, tut mir leid. Du bist so ein Gönner, wir teilen brüderlich. Ja. Wir sind ja auch die Kott-Brüder. Das sind wir. Ich schmier mich auch immer gern damit ein. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich ess sie immer gern. Du auch? Ja, das ist doch hier drin. Guck mal, eine Kott-Maschine. Stimmt. Sieht halt wirklich genauso aus. Ja. Dass das Grüne ist, weiß ich jetzt zwar nicht. Ja, das wird... Aber das kann man ja dann einfach ignorieren. Extra speziell. Guck mal, sieht man das in meiner Hand? Ja, klar. Guck mal. Was denn? Es ist an. Da ist es. Ja. Als ob. Das können die wohin stellen und die Zuschauer damit nerven. Perfekt. Ich hab ins Bett gepinkelt. Ist egal, das trinke ich gleich. Ja, mach mal. Okay. Wie schmeckt Pipi? Ich denke, sehr bitter. Echt? Schreibt gerne mal eine Review in die Kommentare. Ja. Schreibt bitte in die Kommentare, wie schmeckt Pipi. Ohne sie selber zu probieren. Ja, dann lügen die ja. So ein Opfer. Danke für diese tollen Gaben. Danke für dieses leckere Mahl. Nee, hier ist einfach gar nichts. Ich fühl mich komplett kaputt geprankt. Boah, was zu essen. Chicken Wings. Ich kann dir gleich schön Haikram geben. Oh. Ich mag mein Hai. Weiß doch gar nicht, wie ich den zubereite. Der könnte auch richtig ekelhaft schmecken. Nee, 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 nee. Ich weiß, wie gut du kochst. Stimmt, warte mal. Ich hab doch hier noch gute Wassermelone. Nein, nein, entpflanzt die doch. Ich mag meine Wassermelone. Warum? Wir haben nichts zum Anpflanzen. Außerdem braucht man doch dafür die Samen. Was? Es fehlen Chicken Wings. Wow. Malle. Geile Chicken Wings. Also ich habe jetzt eine Schaufel auch. Ja. Die war noch irgendwo hier in meiner Hut. In deiner Hose? Wenn wir ein Tier finden. Wie haben wir denn nochmal ein Tier mitgenommen? Gab es nicht ein Seil? Eine Angel? Ich weiß es nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier Tiere geben würde. Es gibt doch Tiere. Warum soll es denn hier Tiere geben? Die sind ja nicht mal mehr Menschen. Schnauze. Okay. Schnauze selber. Hast du dich verändert, seitdem du krank warst? Ja. Hier ist auch noch was, was du aufnehmen solltest. Bei mir. Warte. Ich bin wie der Wind. Ja. Langsamer Wind. Wo bist du denn? Ach, da. Oh. Hier. Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh. Ich mag meinen Weg. Ich mag meine Melonen. Da sind Bienen. Hier oben. Lauf. Die werden uns jetzt töten. Nein. Die chillen da. Komm rein. Oh, Hilfe. Hier ist nicht. Guck mal, was ich gefunden habe. Oh mein. Ist. Äh. Das. Oh. Das ist jetzt aber. Hm. 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 Hier. Da einmal drinnen. Dann da und oben. Äh. Da. Was war da drin? Iiii. Hier. Nimm mal. Nimm mal in die Hand. Was? Au. Der Vogel hat mich gerade schon wieder abgeworfen. Du musst zu mir kommen. Komm. Ich hab was für dich. Ach man. Wo bist du denn? Ach da. Warte. Ich lass erst mal weg hier wegen dem Bienen. Ich hab aber nichts. Hier hat er mich in drinnen aber eben getroffen. Aber egal. Was hast du? Ist ja eingebildet. Hier. Nimm mal in die Hand. Zeig mal. Äh. Das sind Überreste. Und? Vergiftet? Nö. Was da rein kommt. Pass auf. Ja. Ich bin der Beste. Ja. Ich hab ihn. Guck mal. Wie geil sieht der denn aus. Ich film mich damit ab. Ich mach ein Screenshot. Aua. Ein Screenshot. Oh. Er hat sogar ein Namensschild. Ist das schön. Äh. Schmiddy. Das fühlt sich sehr vertraut an. Naja. Ich weiß auch nicht woher das kommt. Alter. Schmiddy. Schmiddy. Der immer stirbt oder wegrennt. Jedes Mal. Überall. Das stimmt. Das ist doch, wo wir so nett sind. Tschüss Schmiddy. Das denke ich mir auch. Wir sind wirklich, eigentlich tolle Eltern. Gönner. Oder nicht? Sind wir. Gönner. So. Dann öffne ich mal mein schlaues Buch. Vater sagte, dass wir diesen Ort verlassen müssen. Etwas stimmt nicht mit den Schweinen. Mutter hat all unsere Fleischration gepökelt. Weshalb wir nicht krank geworden sind. Aber Doktor Hendrik sagt, dass bald alle krank würden. Sanjais Vater ist erkrankt. Und er hat nie auch nur ein Stück Fleisch angerührt. Und deswegen meine Kinder? Immer vegan ernähren. It's got nice. Ja, den retten wir noch. Rückwirkend. Wir reisen durch die Zeit. Etwas macht die Runde in Caravan Town und die Stadt ist nicht groß genug, um es aufzuhalten. Wahrscheinlich meinen die uns. Selbst wenn alle Kranken an einem einzigen Ort untergebracht werden würden. Sanjais sagt, dass wir uns wiedersehen werden, aber der Ozean ist so unendlich groß. Wir werden zum nächsten trockenen Ort aufbrechen, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Es ist nicht so, als hätten wir die Wahl. Und dann schönes Boot da unten. Das war der Abschied, Seite 23. Da haben wir einfach das Buch um die Hälfte übersprungen. Ich bin froh, dass wir überhaupt lesen können. Das stimmt. Harald? Harald. Du hättest keine schönere Antwort geben können. Ich nenne selbst meine Gläser manchmal Harald. Harald. Deine Brillengläser? Nein. Gläser zum Trinken? Frag nicht, ja? Ist alles normal bei mir im Kopf. Eine Sache können wir eben probieren. Du hast doch eine Schere bekommen. Ja. Versuch die mal zu scheren. Mann, das sind kleine Babys. Jetzt reiß dir das Fell ab. Ne, passiert nichts. Echt? Ich kann die nur tragen. Au. Aua. Ich hasse den Vogel. Ich auch. Das ist das, wovon die erzählt haben, dass sie das Schweinefleisch da gepökelt haben und so weiter. Dann sind alle krank geworden. Man weiß nicht warum. Ich habe auch mal gehört, dass gepökeltes Fleisch gar nicht so geil sein soll. Also auch sowas wie Wurst. Wurst. Ja, Wurst. Das sagt man doch so. Ach, ich habe wieder was für dich. Ist das schön? Was denn? Hier. Ich? Zu Weihnachten. Mann. Friss mein Dreck. Ich will das nicht essen. Ey, wie gut. Oh, da kommt ein bisschen Luft raus. Ich sterbe. Warum? Ich bin vergiftet. Schade. Hier. Schade. Du kannst hier runter tauchen. Ist da Luft oder was? Ja, hier unten ist Luft. Ich fühle mich aber schon irgendwie saftig hier gerade in deinen Arm. Ja, du fühlst dich sicher. Das glaube ich gern. Sicher und geborgen. Regnet das? Au. Aua, dieser Scheißvogel. Hier, du sagst ja immer, dass du der Holzsklave bist. Nee, ich brauche nichts. Nee, ich schlafe. Ich habe das da hingeworfen. Ich habe doch jetzt eine Axt gemacht. Hilf mir. Ich habe Feierabend. Wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Thomasche aus der Buche raus. Naturgewürze schmeckt man auch. Aua, der Vogel geht mir voll. Auf die Nüsse. Auf die Nüsse. Sorry, Leute. Tut mir leid. Nee, ich habe ja sowas wie eine Art Seilrutsche mal gemacht mit meinem bestesten Freund Kai Pflaume. Ich weiß. Ich weiß. Der hat mich nicht gefragt. Ja, das wundert mich, Manuel. Das ist du mit Kai Pflaume. Einen Tag im Leben von Manuel. Nice. Erstmal in der Stadt rumlaufen. Da wird alle zwei Sekunden erkannt. Das ist doch schön. Ja, also Kai Pflaume ist, was das angeht, echt einfach geisteskrank. Also das habe ich noch nie in meinem Leben mitbekommen. Ja, aber auch nur, weil du noch nie mit mir rumgelaufen bist, ne? Das stimmt. Das stimmt. Na, aber doch, das eine Mal sind wir zusammen rumgelaufen. Da fand ich es allerdings ein bisschen unangenehm, dass du sehr viel geklaut hast. Was genau, war das unangenehm? Ja, dass du einfach so da bei Rewe reingelaufen bist und diesen Kinder-Bueno weggesnackt hast. So von dieser, von diesem Ding da ganz am Ende. Ja, aber was stört ich jetzt daran? Ja, man klaut nicht. Ich schon, ich brauche das. Du brauchst nicht. Ich brauche den Kick. Ja. Leute, hört auf zu klauen. Ja, nur wenn, oh, keiner hinguckt. Nein. Aua. Ich habe Schaden bekommen. Wo bist du denn jetzt? Und ich muss ganz kurz zur Tür. Oh nein, wo ist er denn? Palette. Palette, wo bist du? Ich habe ein Geschenk, ja, ich bin runtergefallen. Ich habe schon mal ein Geschenk bekommen. Da steht Palut mit einem Herz drauf. Ja, das ist von mir. Sicher? Ja. Was ist das? Warte mal. Eine Bombe. Ah, wow. Ja, und? Nee, darf ich dir nicht sagen, was das ist? Alter, immer, immer geht er zur, zur Tür, holt irgendwas und dann sagt er einfach, nee, packt sogar noch aus und sagt nichts. Ja, warte, ich möchte. Ich bin gespannt. Oh ja, da ist der Tank und aktiviere dich. Oh, wir springen irgendwas. Nee, hä? Da. Doch, da fällt was. Da fliegt was. Ja, was ist das? Es landet da irgendwie. Ja, es landet. Oh ja, da hinten. Was? Komm, Hölle. Ja, ich spring mit. Das war knapp. Oh ja, das hätte auch anders enden können. Ja, let's go. Da ist es da? Teil eines Auerseilrutsche und dann aufnehmen. Wer bist du? Major Tom? Hä? Was hast du? Achso, hier, äh, kratzes Secret. Was ist da drin? Das ist eine Kiste, wo eine gegarte Kartoffel und so drin ist. Was hast du denn gedacht? Ja, das sieht manchmal schon sehr, sehr interessant aus, was deine Aiming-Technik angeht. Kurz so, die Leute, die sich vielleicht nicht mit Manual aimt, so. Das zittert halt so. Aber er weiß damit umzugehen. Ja, die Frage ist, was ich mich wirklich frage, ist das eine Schwäche, ist das eine Stärke? Eigentlich muss es ja eine Schwäche sein. Deine Superkraft. Danke. Wow, danke, dass ich sowas abbekomme. Ja, wir wissen doch beide, dass Gott dich nicht unbedingt gesegnet hat. Was denn heißen? Ja, ist so. Sonst müsstest du nicht mit mir rumlungern. Ja, okay, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Sag mal, wie lang brauchen wir es? Ja, 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 ja. Ja, den mach ich so viel Schaden. Wann muss ich drücken? Ja, fast, wenn er in deinem Gesicht ist. So zwei Meter Abstand. Hab ihn. Oh, nice. Dann bring mal mit. Was ich für eine Maschine bin. Wie du ihn ganz alleine umgebracht hast. Ja, ohne Hilfe. Denn Hilfe ist nur was für Opfer. Macht immer alles alleine. Macht immer alles alleine. Fragt niemals um Hilfe. Denn nach Hilfe fragen ist Schwäche. Nein, Leute. Nach Hilfe zu fragen ist an sich das Smarteste, was man machen kann. Das stimmt. Weil so kann man auch so generell Teams bilden. Ist immer sehr, sehr gut. Drei Heidinger. Ja, aber du hast ja auch was davon gegessen. Ja, eine, aber nicht drei. Ja, siehst du, reicht doch. Und meine... Ich hatte zwei Chicken Wings. Stimmt, die ja auch. Und drei. Was sind die denn? Die sind alle in deinem Magen. Nee. Du garstiger Hobbit. Frisst mir all mein Essen weg. Ich hab das gar nicht gegessen. Ich wieg nicht so viel. Nee, das... Ich sag nicht, dass du viel wiegst. Ich sag nur, dass du ein verfressenes Stück Abfall bist. Das stimmt. Aber ist okay. Danke. Ich hab dich so kennengelernt. Und auch lieben gelernt. Echt? Ja, ja, klar. Mann, du bist so mein kleiner Süßer. Der kleiner süßer Fetti. Nein. Du bist... Du bist... Wohl genährt. Danke. Das war Mama mich auch immer genannt. Ja, das glaub ich gern. Oh, da ist ja mein wohlgenährter Sohn Manuel. Mein kleiner Schokotaler. Hör, äh... Da, äh... Wenn du das hier siehst. Ich hasse dich. Es gibt in jedem Spiel einen Zylinder. Oh. Äh, ich bleib bei meiner... Guck mal hier. Puffi-Mütze. Da. Gute Nacht. Reicht das? Ja. Reparieren. Zack. Ey, Mann. Ich stopfe gleich was in die Nase. Hilfe. Ja. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist eine Info-Mary? Deine Mutter? Keine Ahnung. So, Mann. Ja, jetzt lass mal meine... Geht immer auf Mutter. Gott, ich dachte schon. So, hier kann ich nochmal eine Planke platzieren. Der eine Schmiede könnte eigentlich sterben, finde ich. Nein, was... Dann haben wir nur noch einen. Warum denn? Was ist denn dein Problem? Warum willst du denn einen von denen töten? Ja, ich hab keinen Bock auf zwei. Warum? Was? Ich geh jetzt schlafen. Also, sorry, mit so einem Typen. Mit so einem Typen, äh... Oh. Du musst jetzt gar nicht diesen machen. Oh. Oh. Ich könnte... Ich könnte Rüstungsteile erstellen. Ja, mach doch. Ja, okay. Eine Lederweste, weil ich der Coole bin. Sieht man das? Das wüsste ich aber. Ja. Wow. 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 Wir waren nur gerade in einer Gruppe und Osaft hat geschrieben, Hauptsache, mein Paluten ist dabei. Grüße gehen raus an dich, Osaft. Ach so. Da läuft... Da läuft also was. Ach so. Was? Nein, nein, nein. Du bist weiterhin meine Nummer eins. Ja, ich finde das Heulen wieder an. Ich bin schon fertig. Nein. Ja, wir sollten uns wirklich mal ein bisschen um unsere Wohnung hier kümmern. Aber wir drehen den Swag sowieso immer auf. Meine Axt ist hinüber. Nice. Weil du ein gieriger Gierschlund bist. Warum machst du mich mal vor dich? Ich mach doch nur Spaß. Ich habe dir nie was getan. Ja. Die Leute dachten, wir sind mega dumm. Dabei haben wir das bedacht. Richtig. Vielleicht seid ihr einfach blöd. Genau. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid unglaublich schlau. Und sexy. Ja, und hübsch. Stimmt, ich habe ein Chicky Wingy. Guck mal. Lecker Schmecker. Drei. Streichel ihn. Zwei. Eins. Mobbingkreis. Mobbingkreis. Tritt rein. Guck mal, wie er lacht. Nicht mehr. Nicht mehr. Du deckige Stimme. Meiner ist kaputt. Ich habe noch einen. Ja. Oh, oh. Du hast keine Waffe? Nee, nee. Doch, ich habe eine. Lass uns mal zurück schlafen. Ach so. Soll ich dich mal untersuchen? Ich habe das studiert. Nee, nee. Bitte? Nee, nee. Das letzte Mal wolltest du was bei mir untersuchen und es ist nicht gut ausgegangen. Und das bleibt für ewig unser Geheimnis. Ach so, das war doch alles gut. Nach einem Monat Heilung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man für sowas einen Stock nimmt. Ja, mein Arzt hat das immer gemacht früher. Komm bitte zu mir. Komm bitte sofort zu mir. Alter, wie das? Was denn? Ey, glaub mir, das wird sich lohnen. Guck's dir an. Also erstmal hier. Ein bisschen Klopapier und da. Alter. Eine Toilette. Junge. Aber nicht unsere Twinsy-Toilette. Endlich kann ich wieder in Ruhe scheißen. Ohne, dass ich Angst davor haben muss, dass ein Hai mir den Arsch wegweißt. Warte. Man macht die Brille hoch. Gut, den Raum verlasse. Boah, Alter. Was kam denn da alles mit? Ich muss sagen, dass ich aus Versehen... Was denn? Komm ins Schlafzimmer, schnell, komm ins Bett. Was ist denn das für ein Luxusding hier? Wie groß ist das auch? Vor allen Dingen auch die Aussicht ist ja wohl mal einfach geisteskrank. Warte mal, sind wir im Kreis gelaufen? Nee. Ist es vorbei? Habe ich jetzt alles hier für mich? Niemals. 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 Richtiger Holzfäller hier. Ein richtiger Mann. Wenn er schläft, steche ich ihn ab. Ja, ich... Nein, das dürfen wir nicht. Doch, das müssen wir tun. Wenn er schläft, dann schnappen wir ihn uns. Nein, nein, nein. Ich höre dich. Schnapp ihn dir nicht. Er ist doch unser Freund. Nein. Ich höre dich. Nein. Vermiss den Feind. Ich höre dich. Was? Was ist los? Nix. Ich habe nix gehört. Hatte einen ganz schlimmen Traum. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich finde es gut, dass du da bist. Wieso? Nee. Wie kommst du da drauf? Gollum hat doch keine Haare. Wer ist Gollum? Ach so. Okay. Spiel mal die Karte. Ja, alles klar. Cool. Okay, vielleicht blende ich euch dann nochmal was ein, wie ich mehr spiele. Aber cool, krass. Ich möchte jetzt auch einmal. Ja. Wie heißt das? Das heißt, ich habe mir in die Hose gekackt. Hose gekackt. Hose gekackt. Jetzt ist alles matschig, matschig, matschig. Okay, gut, ich bin dann mal weg. Nee, ich gehe nach unten. Mama? Mama? Timmy hat dich verloren. Schnauze! Wo bist du, Mama? Ich gehe unten. Ja, wo ist denn unten? Ja, unten, wo wir runtergehen zum Plantation und so weiter. Wo war das? Damit wir zum Elevator kommen. Da, Elevator. Ich warte hier gerade. Wo bist du? Nee, du musst zum Schiff, Richtung Schiff und da geht es doch runter. Richtung Schiff. Ja. Ach, da. So, Leute. Anhand unserer mehr als guten Berechnung muss der Code. 4, 8, 1, 3. Oh, ja. Oh, scheiße, oh, scheiße. Was passiert jetzt? Da, wahrscheinlich kommt jetzt die Leiter runter, oder? Oh, Alter. Oh, Gott. What? Die Leiter. Wurde wirklich springt. Da, da hinten raucht es. Hier, hier, hier. Oh, Gott. Komm mit, komm mit, komm mit. Was denn, was denn, was denn, was denn? Hier runter, hier runter. Da hat es gerade geraucht. Yo. Guckst du dir an. Als ob. Rauchst du ihn wieder beim Raft? Nein. Hallo? Ey. Nein. Fahr schneller. Oh, Gott. Ey, das ist wirklich schnell. Das ist wirklich schnell. Das ist wirklich schnell. Das ist wirklich... Ich hab's. Du bist so ein Verräter. Ach so. Hey, Venial. Hallo. Da bist du ja. Das war's mit dir. Das war's mit dir, du Verräter. Dafür muss Schmiddy leiden. Was hast du denn gegen Schmiddy? Wir müssen unbedingt mal das Gehege für die vergrößern. Nee, ich muss gar nicht. Also, wir müssen sicher? Ja, aber nicht wegen der Gags, sondern die lachen mich aus. Ah, das kenn ich. Das machen sie bei mir auch immer. Kannst du jetzt bitte Fell haben? Ich werd gleich einfach die Schere durchrasieren. Dann nehm ich deine ganze Haut. Was? Ja, da kann mich die Peter mal am Zückerli schmatzen. Auf jeden Fall, äh, ne? Also, für fünf mach ich einfach alles. Oh ja, das weiß ich. Das ist für mich übersetzt einfach ein Schrank. Für einen Fünfer auch. Das auch, ja. Das musst du den Leuten jetzt aber nicht sagen. Warum? Sonst kommen die Angebote rein. Ich würd so gerne in Kunststoff bahnen. Sag mal, warum hast du das denn hier noch nicht gemacht? Dann mach ich doch gerade. Die waren noch nicht fertig. Du bist gleich fertig. Ja, mach mich fertig. Und? Mach mich fettig. Oh ja. Das mach ich gerne. Wie so einen fettigen, leckeren Burger, Alter. Oh, komplett voll. Oh ja. Auch mein Alkoholpegel ist mal wieder reichlich gefüllt. Äh, schön reinsaufen. Äh, dann gehen wir nach Malle. Äh, dann gehen wir jetzt allgemein immer weg auch, ne? Ja. Du ekliger. Es ist ja immer, ja, ich muss kurz einmal aufstehen. Um eine Rolle zu pekeln. Ich gucke. Nicht Luschan. Da vorne. Das will ich sehen. Ach da. Oh ja. Nicht Luschan. Ja, sorry. Da konnte ich jetzt nicht weggucken. Diese grandiose, legendäre, Item voller Vögel gefunden. Legendäre, Item voller Vögel gefunden. Und werden wir heute mal vorbeischauen. Bist du bereit? Ja, ich hab dich akustisch nicht verstanden, aber ich bin bereit. Aber Fan, der Große. Aber echt nicht? Ja, ich mag sie schon, aber nicht der Krasse, der jetzt einmal die Woche McNuggets isst. Nee, aber das, macht das jemand? Ja, deine Mutter? Ha, 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 sehr lustig. Was denn? Ich hab keine Axt. Darf ich deine Axt haben? So, ich hab das Feuer weg. Das sieht ja so dumm aus in deiner Hand. Guck jetzt. Ja, mach mal. Und? Hui. Puh. Hä? Wow. Und was hat das jetzt mit der Farbe zu tun? Das hab ich auch nicht ganz verstanden. Kann ich die nicht auch? Oh. Aua. Ich hab hier noch sechs Stück. Komm mal, warte. Ich will die alle wegballern. Ja. Ja, mach mal hier gegen Schmiddy. Nee, warte. Ach so. So direkt hintereinander, warte. Oh, ich seh ne Insel. Ne kleine. Ja, dann steuer mal hin. Das wird das krasseste Feuerwerk, was du je gesehen hast. Und? Manuel? Ja? Drei, zwei, eins, Zündung. Zünde sie alle, zünde sie alle. Und? Wow. Wow. Ja, ich wünschte, die würden sich noch mehr verteilen, ne? Das wär cool. Ja, ich wünschte, die wären einfach krasser. Du bist aber schon ganz schön alt, mein Junge. Ja, ja, ja. Stinkst du auch ganz schön? Ja. Ich hatte... Meine Mutter ist, äh, äh, Alien. Ach so. Ja. Ja, dann ist er okay. Mein Vater war von der Erde. Wie hieß der? Manuel. Ich... Ich bin's. Pa... Papa! Papa! Komm in meine Arme! Komm rein! Komm jetzt mal rein, ja! Stich, 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 stich! Jungs, es ist ne Falle! Auf ihn! Auwaww!